Hey Freunde der Nacht, willkommen zurück bei Deeponia, mehr D wie Ponia. Wir reden jetzt mit seiner Ex-Freundin, die ich immer noch saucool finde, einfach. Wie läuft das Geschäft? Seit wann interessiert dich das denn? Wer sagt denn, dass es mich interessiert? Ich bin nur extrem höflich. Du hast vor allem eine extrem falsche Vorstellung von dir selbst. Das liegt daran, dass mein Spiegelbild so blendet. Warum so sauer? Warum so sauer? Warum? Du hast meinen Briefkasten zerstört, meinen Hinterhof verwüstet, meine Vorräte aufgefressen und wenn ich herausfinde, dass das Verschwinden meiner Lieblingsstiefel irgendwie mit dem Bau deines komischen Fluchtapparates zusammenhängt, dann Gnade dir Gott! Irgendwo drin musste ich doch das Schwarzpulver transportieren. Was? Ach nichts. Du Arschloch. Was sind das für Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Cool. Die nehme ich doch glatt. Hey! Pfoten weg! Was denn? Die kosten was. Ich dachte, es sind Geschenkgutscheine. Alter! Also die Coupons sind anscheinend hinter ihm. Ich sehe sie nämlich nicht. Hast du zufällig Kaffee hier? Seit du bei mir wohnst nur noch schon Kaffee. Und selbst das ist noch zu viel. Vielleicht sollte ich die Kaffeemühle da langsam mal aus dem Laden schaffen. Die nimmt nur Platz weg. Wie du. Ich brauche dringend ein paar Zutaten. Wenn nichts mehr im Kühlschrank ist, bekommst du auch nichts mehr. Nein, ich meinte... Das Thema ist beendet. Verdien dein eigenes Geld. Dann kannst du dir auch deine eigenen Lebensmittel leisten. Sie hat einen Punkt. Ich würde gerne etwas kaufen. Von welchem Geld denn? Oder hast du jetzt neuerdings einen Job, von dem ich nichts weiß? Ich würde dir das Geld ja auch zurückgeben. Ich muss weg. Ich muss weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. Schön. Haken, Kram, Stange. Hier hing mal der Käfig von Tonis Wellensittich. Aber auch er hat es nicht lange mit dir ausgehalten und ist ausgebüxt. Er ist an Altersschwäche gestorben. Ist doch egal. Nachdem du ihn versehentlich mit Brokerie infiziert hast. Wie geht denn das? Also meine Version war lustiger. Wie hat er denn das geschafft? Ah, hier. Coupons. Wie gesagt. Kurbel, Mühle. Da ist ja nicht einmal mehr ein Krümel drin. Ich muss wohl meine eigenen Zutaten besorgen. Also, Kaffeemühle. Wir haben aber keinen Kaffee. Wir brauchen Kaffee. Ja. Wir brauchen Kaffee. Tschüss. Ähm. Also, wir sprengen dann sie, damit sie den Laden verlässt und dann kümmern wir uns drum. Aber, hey, Dorfzentrum. Es gibt noch ein Dorfzentrum, aber jetzt gehen wir erstmal zu Wenzel. Ah, da ist er. Ja, doch. Schon gut aufgebaut hier. Muss man zugeben. Das ist Wenzels Haus. Der wird ganz schön Augen machen, wenn ich ihm von meinem Abenteuer erzähle. Ja, Volga. Wird sich grün und blau ärgern, dass er nicht mitkommen wollte. Absolut. Er wird sich schütteln und Heulkrämpfe bekommen. Sofort. Warum bin ich nur nicht so cool und risikobereit wie du, Rufus? Total. Ich würde auch gern so krasse Sachen erleben. Aber tief in seinem Innern weiß er längst, dass er nicht das Zeug dafür hat. Das wird ihn in eine tiefe Depression stürzen. Oh, Mann. Ich hoffe, er ist zu Hause. Gott, bist du ein Arschloch. Wenzel? Hey, Rufus. Schon zurück? Das ging diesmal aber wirklich schnell. Sag nichts. Ich hatte es diesmal wirklich schon geschafft. Leider kam mir wieder einmal meine Menschenliebe dazwischen. Ach ja, diese verfluchte Menschenliebe. Immer steht sie dir im Wege, nicht wahr? Du sagst es. Du kommst ja zu nichts mehr. Es gibt einfach zu viele Menschen. Man sollte sie alle... Im rostroten Meer versenken, genau. Diese verfluchte Menschenliebe. Apropos, danke für deine Sachen. Was? Moment mal. Ist das etwa meine Kiste? Du hast gesagt, ich kann alles nehmen, wenn du es schaffst. Aber... Und du hast es geschafft. Das hast du doch eben sogar noch einmal bestätigt. Oder? Ja. Ja schon. Na, dann ist doch alles paletti. Zu ein Sack. Hast du von der Frau aus Elysium gehört? Wer hat das nicht? Hast du etwa was damit zu tun? Hey, du kennst mich doch. Wo immer eine Frau in Not ist, bin ich bereits zur Stelle. Ja? Da scheint es tatsächlich einen Zusammenhang zu geben. Ich kacke ab. Ich war dabei, als die Frau vom Himmel fiel. Schon gut. Ich bin mir sicher, es war keine Absicht. Nein, du verstehst das falsch. Es war Absicht. Ich habe sie gerettet. Natürlich hast du das. Willst du gar nicht zum Rathaus? Und die Frau aus Elysium bei mir aufnehmen? Ich muss gestehen, ich habe mit dem Gedanken gespielt. Ich habe mir sogar schon eine Wartenummer geholt. Aber dann habe ich gedacht, was habe ich schon anzubieten? Nichts. Wenn ich reich wäre oder eine Wasserader finden würde, dann hätte ich vielleicht Chancen. Aber so... Hast du die Kiste etwa aufbekommen? Ja. Man musste nur vorher die Kindersicherung lösen. Aber es war nur dieser komische Stock da drin. Okay. Das ist die Wünschelrute meines Vaters. Super. Meinst du? Der Legende nach hat sie ihm immer Glück gebracht. Er hat damit die Wasserader gefunden, auf der Kuwak gegründet wurde. Puh. Wenn mein Vater immer so viel Glück gehabt hätte, warum hat er es dann nicht geschafft, mich mitzunehmen, als er Deponia verließ? Tja, da bin ich überfragt. Vielleicht kannst du mir helfen, ein paar Sachen zu besorgen. Schon wieder? Du hast mir immer noch nicht meinen Rasenmäher zurückgegeben. Ach ja, der Rasenmäher, ja. Was hast du damit gemacht? Besorg dir lieber einen neuen. Der alte hatte ganz miserable Flugeigenschaften. Das war vorhersehbar. Worum geht es denn diesmal? Hast du eine Idee, woher ich schwarzes Pulver bekomme? Schwarz-Pulver? Schwarz-Pulver? Keine Ahnung. Du bist doch der Fachmann, was Explosionen anbetrifft. Immerhin explodiert jede zweite deiner Erfindungen. Was auch heißt, dass jede zweite nicht explodiert. Wir meinen eigentlich Wasser, ne? Hast du eine Idee, woher ich klares Wasser bekomme? Klares Wasser? Sowas gibt es doch nur in Legenden. Na und? Mein Vorhaben ist ja auch legendär. Der Legende nach hat dein Vater einst klares Wasser gefunden. Auf diese Weise ist er Bürgermeister von Kuwak geworden. Man munkelt, dass noch immer ein paar Flaschen davon im Rathaus versteckt sind. Das wäre allerdings typisch. Er verlässt Deponia, aber sein Reichtum versteckt er lieber, anstatt ihn mir zu vermachen. Immerhin hat er dir die Wünschelrute hinterlassen. Vielleicht kann man damit ja doch Wasser finden. Puh, träum weiter. 100 pro. Äh, super klares, belebendes, energiereiches. Vielleicht hat er ja noch andere Sachen damit zu sagen. Hast du eine Idee, woher ich belebendes Wasser bekomme? Ich habe mal gehört, dass es belebend sein soll, das Blut von Stieren zu trinken. Du glaubst auch alles, was man dir erzählt, hä? Wie, dass ich das Geld zurückbekomme, das ich dir geliehen habe? Genau. Hast du eine Idee, woher ich energiereiches Wasser bekomme? Energiereiches Wasser? Was soll denn das sein? Die einzige Energie, die ich kenne, steckt in den Autobatterien, die man überall im Schrott findet. Na, dass du mir nicht viel zum Thema Energie sagen kannst, hätte ich mir ja auch denken können. Fauler Sack. Voll. Energiereiches Wasser, D2O, Deuterium. Ich glaube, ich mache das lieber alleine. Denn, seien wir doch mal ehrlich, du warst noch nie eine große Hilfe. Wie du meinst. Keine große Hilfe. Brillant. Was denn? Verstehst du nicht? Keine große Hilfe. Weil du klein bist. Hau ab. Bis später. Genau. Hau einfach nur ab. Aber wir nehmen die Wünschelrute mit. Das ist die Wünschelrute von meinem Dad. Nick, da rufe ich. Die gehört jetzt mir. Aber das ist ein Familienerbstück. Na und? Geschenkt ist geschenkt. Oh Junge, ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Vielleicht finde ich ja irgendwo in der Gegend eine Quelle. Und wenn ich dann reich bin? Teilen wir 50-50? Leihe ich sie dir vielleicht mal ein paar Stunden aus. Schön. Badezimmer. Was? Äh. Hey. Kaminofen. Haben wir da was drin? Gar nichts. Können wir nur irgendwas reinkippen. Und ein Schwamm. Er ist aufgedunsen. Er ist nutzlos. Und er hat einen Schwamm in seiner Küche. Du bist einfach so ein Arschloch. Das ist krass. Okay. Dann locken wir mal ein paar Leute hier raus. Mit dem Sprengkommando. Lass mal überlegen. Hier sind wir. Dann brauchen wir da unten eins. Hier eins. Und jetzt gehen wir mal. Ne. Tonis Hütte. Dububub. Dubububub. Ah jetzt. Und dann sprengen wir nochmal Tonis Hütte. Vielleicht. Ach was weiß ich. So. Sprengplan. Wir nehmen. Ach da geht nicht ne. Ne. Geht nicht. Aber wir können Tonis Hütte sprengen. Ihn hier sprengen. Hoffe ich. Äh. Nehmen wir hier noch. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Oha. Das Sprengsignal. Achtung. Sprengung. Ja. Klappt. Hoffen wir mal. dass es passt. Jetzt bin ich gespannt. Ho. Warum ignoriert er das? Hey Wenzel. Was gibt es? Bis später. Genau. So ein Schiet. Ist ja doch nicht so einfach. Na gut dann. Wo ist denn der Dorfkern gewesen? Tonis Laden. Was machen wir da? Tonis Hütte. Stadttor. Rathaus. So. Jetzt bin ich dann mal wieder offiziell in einem LP überfragt. Vielleicht. Oh. Vielleicht schaffen wir das. Das wäre jetzt natürlich saulustig. Was haben wir denn da? Ist das etwa ein kleines Präsent, das meine Position in der Warteschlange aufbessern könnte? Jeder wird aufgerufen, wenn seine Nummer dran ist. Keine Ausnahmen. So lustig. Okay. Ähm. Hm. Dieses Schild hat mehr Beachtung verdient. Ich meine, es ist eine Kuh. Und sie trinkt Bier. Hm. Da. So ein Sheet. Können wir nochmal im Hebel ziehen? Jeder. Nur eine Nummer. Spielverderberin. Glaube ich. Mick. Ich will das mit dem B-Check reden. Ich verschwinde. Dann halt nicht. Hm. Vielleicht. Ja komm. So. Vielleicht ist ja der Schwamm hilfreich beim Saubermachen hier. Wenn nicht, dann müssen wir ihn vorher mit dieser Plörre absaufen. Das allein reicht nicht zum Wischen. Jawohl. Ich brauche auch noch, ähm, Dingens hier, ähm, Lust und Seife. Lust? Ich würde doch erstmal, naja, dann gehen wir mal in Tonis Hütte. Da habe ich nämlich eine Idee. Ähm, Topf. Können wir. Die Richtung, in die sich das hier entwickelt, gefällt mir nicht. Tja. Ein nasser Schwamm. Jetzt aber. Hey, Fortschritt. Das ist doch auch was Schönes. Windschutzscheibe. Komm. Jetzt zeig mir doch mal deine Cleaning Skills. Muss das wirklich sein? Aber sowas von. Irr. Die Sitze sind mit pinkem Plüsch bezogen. In der Ecke dreht ein Püppchen Pirouetten. Und auf dem Fahrerschild steht... Ha? Schnutzi-Puh. Schnutzi-Puh. Dämlicher Name. Nein. Was? Okay, jetzt wissen wir wenigstens, wie wir heißen. Jetzt gehen wir als nächstes wieder zu dem Kerl, dessen Namen ich vergessen hatte und der unseren Namen nicht mehr kennt. Und dann fragen wir nach dem Schlüssel von Schnutzi-Puh. Bis dann, Leute. Bis dann.